Herzlich willkommen bei der Ruhräule, einem Podcast aus Fröndenberg mit Gästen über Themen mit Seba und Rebecca. Jetzt kommt die Folge mit Jochen von Natusius. Jochen von Natusius, Geschichtsliebhaber, Buchautor, Stadtarchiver. Archivieren, das kenne ich zum Beispiel vom Computer-Zip-Archiv und sowas. Ist aber auch eine ganz analoge Tätigkeit mit viel Papier und Akten und sowas. Ja, manches läuft digital, werde ich heute lernen, aber viel ist eben auch doch noch analog und das muss scheinbar bei manchem auch noch ein bisschen so sein. Ja, ich glaube, da stehen noch viele Herausforderungen mit der Digitalisierung bevor. Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Thema für das Stadtarchiv. Allerdings. Mit Jochen haben wir jedenfalls jemanden hier, der voll sein Herz in die Arbeit investiert. Ja, und Mann ist das ein richtig kluger Mann. Man merkt richtig, wie der denkt und redet und denkt und spricht. Man merkt Klugheit und Weisheit und ganz viel Hirn. Denken und Reden ist schon eine gute Kombi. Ja, und hier nochmal ein paar Infos zu dem Mann hinter dem Hirn. Jochen von Natusius ist 67 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Hessen. Hesse. Durch seine Liebe zur Literatur hat er zunächst eine Ausbildung zum Buchhändler absolviert und danach einige Zeit als Buchhändler gearbeitet. Später mit eigener Buchhandlung in Meshwede. Ja, davor auch mal kurz in Unna bei Hornung auf dem Marktplatz. Seiner zweiten Liebe? Geschichte. Genau. Der Geschichtsliebe folgend studiert er dann Archivwissenschaft in Potsdam und trat 2002 die Stelle als Stadtarchiver in Fröndenberg an. Außerdem ist er Prädikant und Pressbitter in der Evangelischen Kirchengemeinde Fröndenberg in Bausenhagen. Er ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Noch eine Liebe. Los geht's. Bei mir sitzt Jochen von Natusius. Ein klangvoller Name erstmal. Und Jochen ist Stadtarchivar in Fröndenberg. Lieber Jochen, wie kommt es, dass eine kleine Stadt wie Fröndenberg einen eigenen Stadtarchivar hat? Weil das im Prinzip eine Pflichtaufgabe jeder Kommune ist, ein Stadtarchiv zu unterhalten und sinnvollerweise natürlich auch diese mit einer Archivarin oder einem Archivar zu besetzen. Man kann Büchereien schließen, man kann Schwimmbäder zumachen, aber ein Stadtarchiv ist eine Pflichtaufgabe. Und die war 2002 vakant und da ergab sich das, dass ich in meinem Studium so weit war, dass ich das überleben konnte. Wer war das vor dir? Das war vor mir ein Herr Günther Renzing, der ist aber schon 1993 in Pension gegangen und kurz darauf auch verstorben. Und dann ist die Stelle einfach mitbetreut worden von der Stadtbücherei, aber eben nur betreut worden und nicht aktiv bespielt worden. Und deswegen war das einfach nötig, dass die wieder besetzt werden musste. Und ich kam neu in die Verwaltung, hatte keine Verwaltungslaufbahn hinter mir und war daher sehr preiswert. Das heißt, es konnte sehr niedrig eingestuft werden und das ist mehrfach verlängert worden, diese Stelle, bevor sie dann eine feste Stelle wurde. Heute verdiene ich recht gut, muss ich sagen, für meine Verhältnisse. Aber zunächst war das mal eine preiswerte Lösung und jemand kam von außen, der eine gewisse Vorkenntnis mitbrachte, aber keine Verwaltungsvorkenntnis brauchte. Bisschen Blick von außen. Okay. Spannend. Und kannst du mal sagen, was eigentlich Archivieren konkret bedeutet? Die konkrete Aufgabe ist es, die schriftliche und bildliche, neuerdings auch die datentechnische Überlieferung der Stadtverwaltung zu verwalten, bereitzuhalten für den täglichen Gebrauch in der Verwaltung und retrospektiv betrachtet bestimmte Dinge nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie parat zu halten, wenn man sich fragt, warum ist dieses Haus gebaut worden, warum ist diese Straße nicht gebaut worden, wer hat früher die Verwaltung geleitet, wie sind Kommunalwahlen früher ausgegangen, wie war Fröndenberg vernetzt im Kreis Una und 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 und. Das ist die Kernaufgabe als Zuarbeiter der Verwaltung. Daneben bestimmt aber jede Archivarin und jeder Archivar seine eigenen Schwerpunkte, was darüber hinaus geleistet werden kann und sollte. Und das würde ich umreißen mit historischer Bildungsarbeit, angefangen bei Kindergärten und aufhören bei Senioreneinrichtungen, also Vorträge halten, Bildervorträge halten, die Stadtgeschichte lebendig erhalten für die Bevölkerung. Und mich hat von Anfang an fasziniert der alte Teil der Fröndenberger Geschichte vor dem 19. Jahrhundert, als Fröndenberg überhaupt erstmals selbstständig wurde. Das heißt, wir haben kein altes Stadtarchiv, wo städtische Unterlagen aus dem Mittelalter da sind. Da hat es Fröndenberg als Verwaltungssitz nicht gegeben. Aber es war das Kloster und das Stift. Und das wäre normalerweise nicht meine Aufgabe. Aber das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, hier zu forschen und auch zu veröffentlichen und mit einigen anderen Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessieren, das in Gang zu halten, die Erinnerung an Stift und Kloster. Das heißt, vor 1900 war Fröndenberg irgendwie Teil von Una oder wie darf man sich das vorstellen? Ja, wir haben 1809 zum ersten Mal einen Bürgermeister bekommen, durch die französische Verwaltungsgliederung, die wir unter Napoleon hatten. Das heißt, ein Mair, ein Bürgermeister und eine Mairie, eine Bürgermeisterei. Ich bin sicher, du weißt die Namen von denen. Das ist ein Herr Mietzdörfer gewesen. Das war scheinbar der einzige Mensch, der lesen und schreiben konnte. Der war nämlich vorher schon Verwaltungsleiter des Stifts Fröndenberg. Und der wurde dann zum Bürgermeister ernannt. Er hat seinen Diensteid auf Napoleon abgeliefert, geleistet in Dortmund beim Präfekten des Ruhrdepartements. Und einige Jahre später war das dann mit dem Franzosen zu Ende und er hat nochmal den Amtseid geleistet auf den preußischen König. Und vorher hat seinen Amtseid als Verwalter des Stiftes auf die Äbtis hin. Er war flexibel, der Mann. Der Mann war absolut flexibel. Und seither sind wir verwaltungstechnisch selbstständig, gehörten früher zum sogenannten Altenamt Una. Nicht zu verwechseln mit dem Amt Una kam und der Stadt Una, aber das alte Märkische Amt hat im Prinzip noch weitergelebt. Amt ist dann aber so ein Verwaltungsbegriff, der so eine bestimmte Regionalgrenze beschreibt? Ja, das Amt ist eine Zwischeninstanz zwischen einer Kommune und einem Kreis. Und im 18. Jahrhundert haben wir mit der Kriegs- und Domänenkammer in Hamm preußischerseits eine Art Kreisverwaltung bekommen, die später dann nach Una umgezogen ist. Aber der Kern des heutigen Kreises Una ist in Hamm die Kriegs- und Domänenkammer aus dem 18. Jahrhundert unter König Friedrich Wilhelm I., dem Vater von Friedrich dem Großen. Kriegs- und Domänenkammer heißt? Heißt, wichtig waren die Steuern für den Staat, das heißt Domänen sind Staatsgüter, Staatseigentum, die verpachtet werden und wo es Pachteinnahmen und Mieten gibt. Und Krieg heißt Aushebung von Soldaten, das heißt die Wehrpflicht wurde organisiert. Das waren die beiden wichtigsten Dinge für die Preußen in uns fernen Berlin und Potsdam. Alles andere, was die Kreisverwaltung heute macht, die ja immer noch Gelder einnimmt, die Kreisumlage gibt es ja immer noch. Aber mit Soldaten hat die Kreisverwaltung nun nichts mehr zu tun, aber mit vielen anderen Aufgaben, die im Laufe von 200, 250 Jahren eben gewachsen sind. Okay, jetzt gehen wir mal drei Schritte zurück. Du willst ja schon direkt abtauchen in die Geschichte. Ich wollte aber mal kurz so ein bisschen in die Gegenwart. Ich habe ja vorhin gefragt, was bedeutet Archivieren? Also du hast gerade gesagt, da werden Sachen irgendwie dokumentiert und gesichert, die entschieden wurden und umgesetzt wurden. Also gibt dir dann jemand die Ratsprotokolle und du heftest die quasi ab? Ja, abheften ist so Beamten-Dreikampf, Lochen, Heften und sonst kommt irgendwas Drittes noch dazu. Ja, es macht aber nur Sinn, diese Sachen zu bewerten. Das ist eine Aufgabe, die spezifisch archivisch ist. Das heißt, es gibt Dinge, die müssen pflichtgemäß aufgehoben werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel Ratsprotokolle oder Ausschussprotokolle. Und es gibt aber Dinge, das sind Kannentscheidungen. Das heißt, nach zehn Jahren Aufbewahrungspflicht ist vieles obsolet und kann weg. Und dann ist es Aufgabe des Archivs oder des Mitarbeiters eben zu entscheiden, ist das relevant für die spätere Betrachtung der Geschichte von Fröndenberg? Soll das aufgehoben werden darüber hinaus, über die Aufbewahrungspflicht hinaus? Und mir fließt also das zu, was nicht mehr in der sogenannten Sachbearbeiterablage liegt. Das gibt auch den Begriff des Zwischenarchivs. Das haben wir in Fröndenberg nicht, dafür sind wir zu klein. Aber jeder Sachbearbeiter, jeder Abteilungsleiter, jeder Fachbereichsleiter hat so seine eigenen Akten. Und wenn die irgendwann zehn, zwölf Jahre alt sind und er die nicht mehr braucht im täglichen, dann muss er mir die bringen. Also es gibt da eine Bringschuld der Mitarbeitenden. Die habe ich jetzt nach 22 Jahren so einigermaßen durchgesetzt, dass eben nichts mehr in den Papierkorb kommt, wobei immer noch die Gefahr ist, wenn jemand in Pension geht, dass er aufräumt. Und dass dann der nächste Mitarbeiter die Arbeit wieder neu erfinden muss. Das ist dann schlecht. Also wir arbeiten da ganz gut miteinander in der Verwaltung und ich sehe zu, dass nichts wegfliegt, was irgendwie noch von Relevanz ist. Und das, was du dann findest, was ist das? Ist das Werder-Schuld-Antrag auf eine neue Garage oder so? Das wiederum sind Bauakten, die haben eine separate Geschichte. Aber zum Beispiel Ordnungsamt. Das Ordnungsamt hat unter sich die Gewerbean- und Abmeldungen. Und das ist natürlich für das Gewerbeaufsichtsamt unerheblich. Wenn jemand 1898 eine Fahrradhandlung aufgemacht hat und die 1925 altershalber wieder schließt, dann kann das eigentlich weg. Eigentlich? Es sei denn, es werden irgendwelche Altlasten in der Erde, die man noch beachten muss. Aber das wird erst seit 50 Jahren beachtet, sowas. Aber für mich wäre das schon wichtig, wie die Wirtschaftsstruktur im Einzelhandel oder in Industrie in Fröndenberg sich verändert hat und entwickelt hat. Und das kann man nur sehen, wenn man weiß, welche Gewerbe es mal gegeben hat. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass meinetwegen in Frömern kein Einzelhandel mehr existiert. Oder kaum noch. Wie das entstanden ist, dass man früher auf dem Marktplatz in Fröndenberg sich eindecken konnte mit allem. Mit Schuhen, mit Bekleidung. Mit weißer Ware, mit schwarzer Ware. Und heute ist das völlig unmöglich. Und das ist ja ein geschichtlicher Prozess. Und das kann man eigentlich nur aus dem Gefühl heraus beantworten, warum das so ist, aber eben auch mit Fakten. Das wäre so ein Beispiel, dass Gewerbeakten eben nicht dann weggeschmissen werden, sondern dass die aufgehoben werden. Okay. Sag mal kurz, bevor die Leute denken, wie die Ruhe alle dealt mit Drogen, was ist weiße Ware, schwarze Ware? Weiße Ware wären Kühlschränke zum Beispiel, Küchen. Und schwarze Ware ist sowas, was hier im Moment hier auf dem Tisch rumliegt. Also Elektronik und PCs und sowas. Jochen spielt an auf unsere wundervolle Ruhe-Aulentechnik, Aufnahme, Laptop, Mikrofone, Kabel ohne Ende. Ich bin beeindruckt. Ja. Guckt euch das mal bei Instagram an. Lasst uns auch gleich, folgt uns auch gleich dann mal bei der Gelegenheit beim Profil. Dann seht ihr, wie wir hier so arbeiten. Okay, Jochen, du hast gerade vom Beamten-Dreikampf gesprochen, Lochen, Heften und das dritte, was uns vielleicht später noch einfällt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das heute auch digital abläuft. Oder machst du das tatsächlich noch mit DIN-A4-Papier? Also ich mache es hauptsächlich noch mit DIN-A4-Papier oder dem größeren Bögen, die es vor der DIN-A4-Einführung gab. Früher wurden Akten genäht. Jeder Verwaltungswährling musste nähen können. Die Leitsordner mit Metall, die gibt es erst seit den 20er Jahren. Früher wurden Akten genäht. Krass. Und ja, es gibt natürlich elektronische Daten, die die nächste Generation nach mir dann verwalten muss. Dass die eben nicht im Nirvana des Netzes verschwinden. Sondern, dass die auch archiviert werden. Aber 99 Prozent meiner Überlieferungen ist noch die Papierüberlieferung. Weil auch jedes Ratsprotokoll ausgedruckt wird. Und es geht vieles auf elektronischem Wege. Aber es wird noch das meiste auf Papier niedergeschrieben oder niedergetippt, wie auch immer ausgedruckt. Das heißt, der Versuch des papierlosen Büros ist bisher gescheitert, weil mit jeder Einführung neuer Technik neue Papierberge entstehen. Ja, das ist auch mein Eindruck. Okay. Und wie viele Stapel, wie viele Akten bekommst du so im Monat? Oder im Jahr? Weil ich weiß nicht, was da so eine relevante Bezugsgröße ist. Ja, der Zuwachs dürfte so bei 1.000, 1.500 Vorgängen im Jahr sein. Und in meinem Archiv lagern so etwa an die 10.000 Verzeichnungseinheiten. Das können dicke Aktenordner sein. Das können auch mal Vorgänge sein, die nur zwei, drei Papierbögen umfassen. Das ist höchst unterschiedlich. Und ich lege auch großen Wert auf das Fotoarchiv. Das heißt, wir haben eine Sammlung von etwa 5.000 Bildern aus Freundenbergs Gegenwart und Vergangenheit vor allen Dingen. Alte Postkarten, Familienbilder. Apropos Familienbilder, das ist auch noch ein Schwerpunkt der Arbeit in Archiven für die Familienforschung zu arbeiten. Das ist auch kein Muss, ein Kann, was vielen Archiven, Mitarbeitern auch auf den Wecker geht. Aber ich mache selber Familiengeschichte. Und deswegen habe ich da großes Verständnis für. Und bei mir landet die Überlieferung der Standesämter. Also, wer in Freundenberg geboren ist, wer heiratet und wer in Freundenberg stirbt, wird automatisch aktenkundig im Standesamt. Im Umkehrschluss, wer mit seiner Familie hier zuzieht, 60 Jahre hier lebt und im Unheim Krankenhaus verstirbt, der wird nie im Standesamt auftauchen. Das ist ein bisschen schwierig. Der ist dann beim Einwohnermeldeamt aktenkundig geworden, weil man sich ja polizeilich anmelden muss. Aber diese Stammdaten, das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die wissen wollen, wo ihre Großeltern geboren worden sind und wo die Familie herstammt und wann die zugezogen ist und ob die aus dem Osten stammt, nach dem Zweiten Weltkrieg hier gelandet ist als Flüchtling. Wie auch immer. Das ist auch eine große Aufgabe, die sehr zeitraubend ist, aber auch viel Spaß macht, da Familiengeschichten zu erforschen. Und das hilft mir auch weiter, Fröndenberg in seiner Geschichte zu verstehen, wenn ich weiß, was die Leute früher für Berufe hatten und wie viele Kinder sie hatten und in welchem Alter geheiratet wurde und dass wir heute glücklich sein können, dass wir uns mit Mitte 60 noch gar nicht so alt fühlen und früher mit 60 stand man fast schon in der Zeitung, wenn man Geburtstag hatte. Also lauter so Dinge, die eben mit Familiengeschichte zusammenhängen, die auch ins Stadtarchiv gehören. Super spannend. Apropos spannend, also 1500 Vorfälle oder Vorgänge im Jahr hast du gesagt und die liest du dann alle nochmal durch? Nein. Nein. Die sind in der Regel ja beschriftet und die ordne ich zu. Okay. Und dann hast du da schon mal eine richtige Perle gefunden, wo du so dachtest, na jetzt hier kommt so ein Stapel, na ja was soll das schon und dann war da so eine Hammersache irgendwie drin? Ne, aus der Gegenwart nicht. Aus der Vergangenheit ja. Ja, da haut einen manches schon um. Insbesondere aus der NS-Geschichte, weil immer wieder behauptet wird, da wäre nichts übrig geblieben in Freundenberg und das wäre alles bei der Möhne-Katastrophe weggeschwommen. Was definitiv stimmt, aber nicht alles. Und da habe ich neulich zum Beispiel Altakten aus dem Standesamt bekommen. 90 Prozent kann man wegwerfen. Das ist völlig uninteressant, welche Fortbildung irgendein Standesbeamtin mal in den 50er Jahren gemacht hat. Das ist obsolet. Aber zum Beispiel ist aufgetaucht die Liste aller jüdischen Menschen in Freundenberg, die 1938 die Vornamen Sarah und Israel annehmen mussten. Und zwar nicht per Gesetz, jetzt habt ihr den Namen, sondern perfiderweise mussten die das beantragen. Und die mussten selber aufs Standesamt kommen und sagen, hiermit beantrage ich meinen Zusatzvornamen Israel. Und dadurch gibt es komplette Listen aller, die das machen mussten. Und entsprechend im Umkehrschluss, wer es eben nicht gemacht hat, wurde dann zitiert von der Polizeiverwaltung. Und das sind Sachen, die plötzlich im Keller aufgetaucht sind. Und da wusste keiner, dass die noch da waren. Hat sich auch keiner für interessiert. Und dankenswerterweise war das eben eine Kiste, die dann eben nicht weggeflogen ist, sondern da hat der Leiter der Abteilung sich gesagt, fragen wir doch erstmal den Natusius, ob er die noch gebrauchen kann. Und das war so eine ganz unauffällige graue Kiste, die jetzt seit 80 Jahren da rumstand oder was? Ja, ja. Krass. Wo ist denn das Stadtarchiv eigentlich jetzt physisch gesehen? Physisch gesehen ist das aufgeteilt zwischen dem sogenannten Magazin. Dort lagern die Sachen, die nicht gerade gebraucht werden. Das ist im Keller des Rathauses 2. Beide Rathäuser sind ja als Sparkassengebäude gebaut worden und nie als Rathäuser. Und deswegen sind wir reich gesegnet mit Panzerschränken und mit wasserdichten und, ja, ich würde fast sagen, atombombensicheren Bunkern, wo die Sparkassen eben früher haptisch sehr viel mehr gearbeitet haben als heute. Und der Raum für zu gesichernde Unterlagen, Sparbücher und Aktien und was weiß ich alles, das ist mein Archiv geworden inzwischen. Und im Erdgeschoss habe ich ein schönes, lichtdurchflutetes, großes Büro, wo dann eben das lagert, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das ist im Erdgeschoss vom Rathaus 2, neben der Touristinfo. Okay, cool. Ja, man merkt, Jochen, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, wie du so Geschichten erzählst und dass du das irgendwie gut rüberbringen kannst, weil es ist eine Viertelstunde um und ich bin ganz fasziniert von dem, was du hier in der Ruhräule erzählst. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Also ich, du nicht, weil jetzt kommt Rebecca rein mit dem Ollenspiegel. Genau, jetzt kommt der Ollenspiegel, wo wir Fröndenberg noch mal ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen. Dazu stelle ich dir drei Fragen, drei kurze Antworten von dir über Fröndenberg. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg. Ostbürener Wald, die Kopfbuchen. Das kam schnell. Wo sind die, die Kopfbuchen? Wenn du Ostbüren im Oberdorf zur H gehst, also erst mal ein Stückchen Richtung Bausenhagen und dann links rein zur H, ganz durch, über die Felder, runter ins Tal und so ungefähr Luftlinie 300 Meter, 400 Meter von der Autobahn weg, ist nochmal so ein Taleinschnitt und da stehen uralte Buchen und die sind früher anscheinend, warum auch immer, beschnitten worden. Die sehen aus wie Kopfweiden und haben einen Umfang von sechs, sieben Meter. Sind leider jetzt am kaputt gehen und so eine lange Reihe waren ursprünglich, glaube ich, zwölf Bäume und fantastisch. Okay. Ja, dann kommt auch schon die zweite Frage. Das geht so nur in Fröndenberg. Tolle Orgelmusik hören in der Stiftskirche, wenn Daria Burlak orgelt. Die Burlak orgelt auch woanders, aber wenn sie in Fröndenberg auf der Barockorgel reinhaut in die Tasten, das ist ein Hochgenuss, den ich mir woanders nicht so gut vorstellen kann. Wie alt ist denn die Orgel eigentlich? Ich weiß es gar nicht. 1592. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Fröndenberg erlebt hast. Was ich ständig erlebe, ist die Kuriosität, dass Berlin eine Vorwahl hat und Fröndenberg hat vier Vorwahlen im Telefon. Und an Kuriosum, ja, nee, fällt mir jetzt spontan auch nichts ein, an Kuriosum in Fröndenberg. Wobei, war ja schon ein gutes Beispiel, ehrlich gesagt. Ja, das... Ich finde die Vorwahlen super. Ich finde die auch gut. Das ist ein Kuriosum, das ist kein Ärgernis, aber das macht Fröndenberg besonders, weil die Vorwahl ist immer für mich Fröndenberg und die Menden, das sind natürlich ganz andere Meinungen. Das ist ihre Vorwahl. Ja, das ist auch das nächste Ding, dass Menden dann die gleiche hat, aber auch nur wie ein Teil von Fröndenberg. Das ist schon irgendwie... Wiederum nur ein Teil von Menden. Ja, wirklich kurios. Ja, das war es dann schon wieder mit dem Ollenspiegel und damit zurück zum Gespräch. Ja, danke Rebecca für diesen wunderbaren Ollenspiegel und das mit der Vorwahl fasziniert mich. Warum ist das so? Ja, das ist historisch... Hat sich das so entwickelt, weil Menden wichtiger war als Fröndenberg und das Fernamt war dann eben wohl zu der Zeit, in dem Vorwahlen vergeben wurden, im Selbstwähldienst. Ja, war dann die Mendenervorwahl und die Mendener sagen natürlich, das ist irre und die Fröndenberg sagen, nö, das ist ohne Vorwahl. Und Selbstwähldienst, das ist das, was man schon mal so im Fernsehen, im Museum sieht, wo so Menschen vor so Schaltgarten... Nee, der Selbstwähldienst ist tatsächlich zu Hause, dass du ohne Vorwahl schon tippen kannst. Also früher hat man die Wählscheibe gehabt. Kein Mensch weiß mehr, was eine Wählscheibe ist. Weiß auch keiner mehr, dass man den Hörer auf die Gabel legen muss. Nee. Gut, Sache für Technikfreaks. Aber früher wurden Gespräche handvermittelt. Das heißt, man meldete sich beim Amt und sagte, ich möchte gerne mit der Person ABC sprechen, die hat die Nummer so und so. Und dann wurde die Verbindung haptisch hergestellt durch Steckverbindungen. Und das ist dann ersetzt worden durch die Entwicklung der Relais-Technik, durch Selbstwähldienste. Irgendwie krass, dass das mal so war, ne? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ganze Jobs, die dann wegfallen und jetzt befürchtet man das ja auch bei technischen Entwicklungen. Aber man sieht, es geht irgendwie weiter. Es entstehen neue Jobs, andere fallen weg. Und manchmal wird es ja auch einfacher dadurch. Das ist manchmal so, dass ich Berufsbezeichnungen finde in meinen Unterlagen, die mir noch was sagen, aber vielfach auch nur durch angeeignetes Wissen. Und ich dann nochmal nachgucken muss, was haben die denn wirklich eigentlich gemacht. Das sind ganz viele Berufe, zum Beispiel bei der Post oder bei der Eisenbahn oder auch in den Fabriken, die es so heute nicht mehr gibt. Okay, apropos Bezeichnungen. Da hast du mir jetzt ein schönes Stichwort geliefert. Eine Sache, die in Frönnberg immer wieder auftaucht, ist das mit den Straßennamen. Es gibt also viele Straßennamen, die auch historisch, ich sag jetzt mal belegt sind, historisch entstanden sind und manche davon werden auch durchaus heute kritisch gesehen, weil sie zum Beispiel auf die NS-Zeit auch zurückgehen oder so. Das ist ein Thema, mit dem du dich, glaube ich, auch auseinandergesetzt hast. Ja, das war Thema 2005 meiner Diplomarbeit über die Geschichte der Fröndenberger Straßennamen. Da bin ich inzwischen A, heute ein Stückchen weiter in der Einzelfallforschung und B, bin ich auch ein Stückchen gedanklich weiter. Das heißt, ich war früher der Ansicht, NS-belastete Straßen oder geschichtsbelastete Straßennamen sollten verschwinden. Heute bin ich der Meinung, dass sie aus dem Kontext heraus ihrer Zeit, in der sie entstanden sind, belassen werden sollten mit einer zusätzlichen Erklärung drunter. Also zum Beispiel der Hindenburg-Hain, der immer wieder in der Diskussion ist. Da sollten die Menschen wissen, bevor sie anfangen zu diskutieren, wer war denn dieser Hindenburg überhaupt und warum und in welcher Zeit ist der Ruhrpark umbenannt worden in Hindenburg-Hain oder die von Tirpitz-Straße oder die Ostmark-Straße. Wir hatten früher zwei Ostmark-Straßen. Die Langstädter haben Glück gehabt, als Frendenberg neu organisiert wurde, 1968 nach der kommunalen Gebietsreform, gab es zig Hauptstraßen, Bahnhofsstraßen, Schulstraßen und Kirchplätze und die mussten umbenannt werden, damit es nur noch eine Schulstraße gibt und einen Marktplatz. Im ganzen Stadtgebiet. Im ganzen Stadtgebiet und dann ist die Ostmark-Straße in Langstädter eben mit einem anderen Namen versehen worden und wir sind hängen geblieben an der. Das heißt, da wo die meisten Leute wohnten, die Straße ist mit ihrem Namen geblieben, damit die wenigsten Leute ihre ganzen Unterlagen ummodeln mussten. Verstehe. Und wo wenig Leute gewohnt haben, konnte man das leicht ersetzen. Und gibt es da Grenzen? Also du sagst, es ist gut, wenn man das belässt und das mit entsprechenden Hinweisen versieht, auch um Gesprächseinreize zu bieten. Und würdest du sagen, da gibt es irgendwie Grenzen, wo vielleicht Namen vergeben wurden, wo man sagt, naja, da hört es aber auf? Ja, sicher. Also ein Adolf-Fittler-Platz oder eine Hermann-Göring-Straße ist heute undenkbar und gibt es auch nicht mehr. Die Ollenstraße ist früher Horst-Wessel-Straße, stimmt das? Ja. Das wäre auch so ein Fall, wo man sagen würde. Das haben die Amerikaner sofort angeordnet, dass die Straßennamen wegfallen. Die Nazis waren ja an sich nie doof. Und die haben 1933 die Straßennamen so geändert, dass ganz viele Unverfängliche dabei auch rausgekommen sind. Goethe-Straße, Schiller-Straße, Bessing-Straße. Und deswegen sind nicht alle wieder Rollerückwärts umbenannt worden. Einige sind geblieben. Und meiner Ansicht nach hätte man die Ostmarkstraße damals 1945, 1946 umbenennen sollen. Aber es ist unterblieben, warum auch immer. Und jetzt muss man das erklären. Was ist die Ostmark? Und was ist dazu gekommen? Kein Mensch denkt bei Hengstenberg an irgendwas Verfängliches. Hat kein Mensch in Vrindenberg darüber nachgedacht. Hengstenberg war ein berühmter Theologe im 19. Jahrhundert. War der erste berühmte Mensch, der überhaupt aus Vrindenberg stammte. Und die waren pottstolz, die Vrindenberger, dass in den 20er Jahren dann eine Straße nach diesem Hengstenberg benannt worden ist. Dass der aber auch theologische Schriften veröffentlicht hat mit Bezug auf Luthers Judenfeindlichkeit, das ist eben eine andere Sache. Und die kamen aber erst in den 1980er oder 1990er Jahren überhaupt zur Sprache. Da hat früher niemand drüber nachgedacht. Die meisten Leute denken, Hengstenberg ist der Erfinder vom Sauerkraut. Ganz klar. Das gibt also viele Straßennamen, die eine lange Geschichte haben. Und man könnte gut drüber reden und diskutieren. Aber ich bin heute der Meinung, dass wenn es verfängliche Straßennamen sind, die negativ belastet sind, dass man die besser belassen sollte, aber erklären sollte. Grenze ist A gegeben durch die Verwaltung. Das heißt, es gibt einen Ratsbeschluss, dass Straßen nur dann umbenannt werden dürfen oder sollen, wenn alle Einwohner an der Straße damit einverstanden sind. Und damit wird nie eine Straße umbenannt werden mehr in Vrindenberg, weil irgendeiner quer schießt und sagt, nein, ich will meinen Pass nicht ändern lassen und ich will meinen Ausweis nicht ändern lassen. Das hängt ja alles da dran. Und ob es nun einer ist oder ob es fünf sein müssen, keine Ahnung, aber es hat ja oft Versuche gegeben, die Ostmarkstraße umzubenennen. Es ist aber nicht gescheitert an dem Widerstand der Bevölkerung, nicht weil die die Ostmark so toll finden, sondern weil die keinen Bock haben, ihre ganzen Unterlagen zu ändern. Können wir ein bisschen verstehen auch. Und immer wenn die Stadt sagt, okay, sie bezahlt das alles, dann würden die Anwohner das sicherlich in Kauf nehmen. Ah ja, okay. Und deswegen wird wahrscheinlich nie mehr eine Straße umbenannt, weil das eben mit Kosten und mit Aufwand verbunden ist und man sollte nur aufpassen, wenn man neue Straßen benennt und da wird sehr stark aufgepasst. Okay, warum wusste ich vorhin, dass die Eulenstraße Horst-Wessel-Straße hieß, fragen sich jetzt manche, die mich kennen und die wissen, dass ich sowas eigentlich nie weiß. Das weiß ich, weil du an diesem Projekt, von dem du gerade schon erzählt hast, mitgewirkt hast, beziehungsweise deine Diplomarbeit geschrieben hast und daraus ist irgendwie eine Internetseite auch entstanden. Beim LWL findet ihr bei uns in den Shownotes und da kann man sich Fröndenberger Straßen warum und zu welchen Zeiten die umbenannt wurden. Coole Sache. Du sagst gar nichts. Kennst du die Internetseite? Nein, ich kenne aber meine online gestellte Diplomarbeit. Ja, und es gibt auf, beim LWL gibt es die Internetseite, bist du als Quelle und Stefan Klemp als Quelle, wo man sich die, die Straßenumbenennungsgeschichte Okay, nee, das wusste ich nicht. Ja, guck mal, die Ruhe bildet auch ihre Gäste. Wieder was dazugelernt. Sehr gut. Sag mal, wo wir gerade bei den Namen sind, dein Name, ich habe vorhin in der Einleitung ja schon gesagt, dass der so wohl klingt, ist Jochen von Natusius. Hast du da eine Anekdote, wo der herkommt? Ja, Anekdote eigentlich weniger. Vielleicht ganz spannend ist, dass jeder, der so heißt, tatsächlich mit mir verwandt ist. Das heißt, es gibt den Namen nur einmal, im Gegensatz eben zu Müllermeier Schulze. Oder Richter. Oder Richter, ja. Richter ist ja ein Beruf, der dann zum Namen geworden ist. Ja. Und bei uns war das so, dass im 16. Jahrhundert eine ganze Menge Leute studiert haben. Medizin oder Jura oder Theologie. Und da war es in der Zeit schick, einen latinisierten Namen zu haben. Sodass aus einem sorbischen Namen, Natusch oder Natesch, wurde dann Natusius. Hammer. Und meinetwegen, wenn ich jetzt vor Möbius begegne, eine Bewohnerin hier in Vredenberg, dann hat die sicherlich in ihrer Familiengeschichte irgendwann einen Knackpunkt, wo aus Möbbs oder aus einem anderen ähnlichen Namen Möbius wurde. Also jeder Arzt, jeder Theologe, jeder Jurist war damals stolz, wenn er einen Ius-Namenende hatte. Weil Latein war die gelehrten Sprache und da wollte man natürlich auch so heißen. Richterus, müsste ich mich dann nennen. Ja, zum Beispiel. Ja, und ein Zweig dieser Familie in Person eines recht verdienstvollen Mannes, der wurde dann geadelt. Das heißt, seine Söhne. Er selber sollte auch geadelt werden, wollte aber nicht. Der hielt nichts vom Adel. Der war bürgerlicher Kaufmann. Und seine Söhne umso mehr, die fanden das ganz schick. Und die sind 1861 beziehungsweise 1841 in den erblichen Adelstand versetzt worden. Und seitdem heißt eben ein Teil der Familie von Natusius. Spannend. Okay, danke dir für diesen Einblick auch in deine persönliche Biografie ein bisschen zumindest. Ich wollte dich nochmal fragen, du hast mir im Vorbereitungsgespräch erzählt, dass du auch Buchhändler warst früher. Und du hast auch nicht nur einen, sondern mehrere Bücher geschrieben, auch über die Geschichte von Fremdenberg. Erzähl uns doch mal ein paar Takte dazu. Ja, das war eine Idee von Altbürgermeister Friedrich Wilhelm Rebbe. Der meinte, Jochen, bevor du in Pension gehst, schreib doch mal ein Buch zur Fremdenberger Geschichte. Es gibt ja das Buch, ja, wer ist das jetzt? Das Fremdenberger Buch oder so heißt das. Das ist von einem Volksschullehrer geschrieben worden, stammt aber aus dem Jahr 1925. Das Fremdenberger Heimatbuch, ja. Ja, das ist ein bisschen was her. Und das ist ein bisschen was her und er hat natürlich auch die Zeit des Ersten Weltkrieges da kaum beschrieben. Das war damals noch zu frisch und hat viele Dinge reingeschrieben, die man heute vielleicht anders sehen würde und das musste also auf einen neuen Stand gebracht werden. Jede Stadt sollte irgendwie eine Stadtgeschichte vorweisen. Und daraus ist so ein Mammutbreak geworden, dass ich es nicht geschafft habe, die ganze Geschichte in einem Band reinzupacken, sondern es sind dann bis heute drei Bände geworden. Das wundert mich aber jetzt gar nicht, wenn ich dich hier so wahrnehme, als der Detail, verliebt weiß ich nicht, aber orientiert und... Ja, der erste Band hat noch 10.000 Jahre Vor- und Frühgeschichte drin. Das hat der Michael Becker, der Bodendenkmalpfleger hier von Fremdenberg, ganz toll gemacht. Und dann komme ich mit den ersten Papiergeschichten im Spätmittelalter und schaffe es im ersten Band immerhin bis 1945. Das ist ein länglicher Sprung. Im zweiten Band habe ich es dann nur noch von 1945 bis 1984 geschafft und dann im dritten Band nur noch von 1985 bis 2004, einfach weil die Materialfülle unendlich war. Je mehr wir in die Gegenwart kommen, umso mehr Quellen gibt es. Die sind vielleicht nicht alle relevant. Deswegen ging der erste Band auch am besten und weil die Leute wissen wollten, wie es denn früher hier so war, wie Zweiter Weltkrieg war, Möne-Katastrophe, NS-Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, natürlich ganz spannend. Im zweiten Band Wiederaufbau und Bundesrepublik Deutschland als demokratisches Staatswesen, was ganz Neues, war auch noch ganz spannend. Beim dritten Band bin ich jetzt doch sehr enttäuscht, dass es nicht auf das Interesse stößt, wie wir gehofft hatten in der Stadt. Irgendwie ist das ja eine doofe Zeiteinteilung gewesen, war keine griffige Periode, die jetzt behandelt worden ist und vielleicht noch zu nah an der Gegenwart. Ja, aber es wird ja sozusagen älter. Also die Gegenwart rutscht nach vorne und vielleicht kommt das noch. Ja, wäre zu hoffen. Es ist ja da und wir verschleudern das jetzt auch nicht. Ist nach wie vor käuflich zu erwerben, aber wird hoffentlich noch Leserschaft finden. Ja, bestimmt. Das war die eine Idee. Die zweite Idee, die ich nicht mehr habe umsetzen können, das war wiederum eine Idee von Norbert Mutzker, den viele noch kennen als Stadtmarketingmensch und Hochzeitsausrichter in der Kettenschmiede mit 300 T-Lichtland pro Trauung. Der wollte einen vergleichbaren Fotoband machen. Fröndenberg früher, Fröndenberg jetzt. Sehr spannender Ansatz, aber vielfach nicht mehr möglich, weil viele Perspektiven inzwischen verbaut sind und nicht mehr rekonstruierbar sind. Und da fehlt es auch an der Masse historischer Aufnahmen. Das ist schade. Das wäre nochmal eine Aufgabe für eine Nachfolgerin oder Nachfolger, da nochmal was nachzuschieben. Die drei Bände, die es jetzt gibt, die haben zusammen so um die 1800 Seiten und mit etwa 2000 Abbildungen. Das ist schon ganz enorm. Aber es fehlt der direkte Vergleich. Ja, okay. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Heftchen, was man mal irgendwo zusammengedrückt bekommt, dass es richtig in einem Verlag erschienen kannst du in jeder Buchhandlung kaufen? Im Prinzip ja. Den Band 1 gibt es beim Heimatverein. Den haben wir nachdrucken lassen als Heimatverein. Band 2 ist vergriffen im Moment. Ob da nochmal ein Nachdruck kommt, muss der Herausgeber, also die Stadt entscheiden. Das ist auch eine finanzielle Frage. Und der Band 3 gibt es noch im Buchhandel oder bei uns auch in der Stadt. Richtig fest eingebundene Bücher und schon ein paar Kilo. Okay. Danke für die Infos. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Und was ich jetzt nochmal fragen möchte, ist, du hast gerade schon deine Nachfolge angesprochen, die dann irgendwann kommt. Du gehst nächstes Jahr 2025 in Ruhestand, hast du uns gesagt. Was für Veränderungen erwartest du im Bereich des Stadtarchivs und was sind so Herausforderungen für die Zukunft, die du siehst? Herausforderungen für die Zukunft auf jeden Fall, was schon mal angeklungen ist in unserem Gespräch, sind elektronische Daten, die demnächst eben auch archivreif werden und die nicht im Nirwana verschwinden dürfen. Es wird eine große Herausforderung sein, da die verschiedenen Gesetze einzuhalten, was sowohl den Personenschutz als auch den Datenschutz anbelangt. Andererseits aber auch die Nutzungsberechtigung offenhalten muss für Menschen, die sich für Geschichte interessieren. Das ist eine Gratwanderung, die sehr schwierig ist, zu schauen, was die Gesetzeslagen jeweils vorgeben. Es gibt das Archivgesetz, aber es gibt genauso Datenschutzgesetze und es gibt Gesetze, zum Schutz der Persönlichkeit. Und das ist schwierig. Schwierig wird es umzugehen mit Bildrechten in der Zukunft. Alles, was vor 1925 ist, kann ich nutzen, wie ich will. Alles, was danach ist, das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber das ist so eine Schallmauer 1925 etwa. Alles danach könnte sein, dass der Fotograf noch lebt und dann hat der Fotograf nach wie vor die Bildrechte und die Veröffentlichungsrechte und das ist sehr, sehr schwierig. Man findet ja heute in der Zeitung kaum noch ein Bild von irgendeinem Kindergarten oder einer Schulklasse. Wenn ein Elternteil sagt, mein Kind guckt doof, dann wird das Bild vernichtet oder darf zumindest nicht veröffentlicht werden. Ich bin bei meinen drei Büchern sehr froh, dass ich damit keine Probleme gekriegt habe, sondern alle eigentlich eher happy waren, wenn ihre Eltern, Großeltern oder Kinder da mit auf den Bildern waren. Aber es hätte auch sein können, dass jemand kommt und sagt, das Bild hier muss da raus. Klar. Okay. Das sind Herausforderungen für die Zukunft. Ansonsten hoffe ich, dass es nahtlos weitergeht. Da wird es Bewerbungen geben und da wird es Bewerbungsgespräche geben. Das bin ich ganz optimistisch, dass das weiterläuft, weil es ja auch weiterlaufen muss, weil es eine Pflichtaufgabe der Kommune ist. Ja, das kann man sich dann sozusagen nicht entgehen lassen. Wer also Interesse hat und Bock auf diese Arbeit als Stadtarchivar, kann ja mit Jochen von der Tutsche schon mal direkt in Kontakt treten. Telefon mal gibt es auf der Homepage der Stadt. Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Ich muss ein Studium haben, hast du vorhin gesagt. Nein, muss man eigentlich nicht haben. Das Studium war toll und hat die Arbeit für mich sehr erleichtert, den Einstieg. Aber es ist nicht Voraussetzung. Voraussetzung würde ich sagen, ist, ja, eine Verwaltungsausbildung, die ich nicht hatte, ist nicht schädlich. Ich habe mich in viele Dinge erst reinarbeiten, denken müssen, was Verwaltung anbelangt. Ansonsten ist das sehr offen. Ich denke, Abitur oder zumindest Fachhochschulreife sollte vorhanden sein, einfach aus dem Grund, das ist eine breite Allgemeinbildung notwendig. Das heißt, man muss sich schon nicht nur für Geschichte interessieren, sondern auch schon eine ganze Menge, finde ich, an Grundwissen mitbringen und Interesse und Spaß an der Sache. Sonst wird das nichts. Aber es ist nicht so streng reglementiert, wie manche andere Dinge, wo man bestimmte Läge gemacht haben muss. Ein Studium ist nicht verkehrt. Geschichte, von mir aus auch Germanistik oder Archivwissenschaft ist natürlich ganz toll, aber es ist nicht grundsätzliche Zugangsvoraussetzung. Okay. Und was sind deine Pläne, wenn du im Ruhestand bist? Was machst du? Ja, mir wird es nicht langweilig werden. Es gibt noch Familiengeschichte, die noch weiter erforscht werden kann. Ich habe eine riesige Sammlung von Fotos, hauptsächlich auch von Eisenbahnfotos, die müssen mal irgendwann strukturiert und sortiert werden. Ich habe sicherlich hunderte von Büchern, die nur angelesen sind und die der Vertiefung bedürfen. Und wir wollen uns orientieren, meine Frau und ich, dahin, wo Kinder wohnen von uns. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir familiär dann eher gefordert sind, was Enkelbetreuung anbelangt oder anderes. Das heißt, ihr werdet vielleicht auch umziehen? Das heißt, wir werden auf jeden Fall umziehen, werden Vröndenberg verlassen. Ich bin ja hier auch in Vröndenberg nicht aufgewachsen und geboren. Ich habe gerne hier gearbeitet und habe auch gerne hier gewohnt und habe viele, viele Bekanntschaften, aber keine so engen Freundschaften, dass ich sagen würde, ich muss unbedingt hier bleiben. Deswegen fühlen wir uns woanders genauso gut aufgehoben und beispielsweise nach Zelle wäre eine Variante. Und dann habe ich Hannover als Großstadt, wie ich hier Dortmund habe. Bin in zwei Stunden in Berlin und in anderthalb Stunden in Hamburg. Gibt es schlimmeres. Also, das können sich viele Vröndenberger nicht so richtig vorstellen, warum man hier 22 Jahre sich einarbeitet in die Geschichte und in die Gegenwart einer Stadt und dann sagt Tschüss. Aber ich denke, wir können das gut machen und werden einiges vermissen. Vor allen Dingen meine Kirchengemeinde werde ich sehr stark vermissen, in der ich mich sehr stark engagiert habe in den letzten Jahren. Die werden mich auch vermissen. Aber niemand ist unersetzbar und das Leben geht weiter. Okay. Danke dir auch für diesen weiteren persönlichen Einblick nochmal. Letzte Frage. Was muss die Ruheule tun, um ins Vröndenberger Stadtarchiv zu kommen? Die sollte das speichern auf transportablen Medien, die möglichst auch in 30 Jahren noch irgendwie abspielbar oder abhörbar sind und dann würde das übernommen. Ich kann mir im Moment das noch nicht so richtig vorstellen, dass man eine Art Archiv hat, auf das man per Mausklick zurückgreifen kann. Das geht ja im Moment, aber das darf natürlich nicht verloren gehen. Aber wir sehen ja, dass es jetzt schon problematisch wird, CD-ROMs zu archivieren, weil kaum noch ein PC hat ein CD-ROM-Laufwerk, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber es gibt so viele DVDs und CD-ROMs, die einfach wertlos werden, weil nicht mehr die Hardware dafür da ist. Wir haben mal in der Stadt einen großen Technik-Sprung gemacht und die Einwohner-Meldedatei Mikro verfilmt. Das war eine tolle Sache, wurde dann aber nicht mehr so toll, als keine Hardware mehr zur Verfügung war, diese Chips zu lesen und diese Dinger. Und dann sind die retro-konversiert worden. Für viel Geld sind heute auf meinem PC, wunderbar. Aber das hätte man sich sparen können. Man weiß aber vorher nicht, welche Technik in 20 Jahren noch funktioniert. Oder ihr verschriftlicht das Ganze. Ist ein bisschen mühevoll. Aber das hat man früher mit jedem Interview gemacht, dass das auch irgendwie schriftlich vorlag, mit Frage und Antworten. und dann Papier ist geduldig und Papier lässt sich sehr gut aufheben und altert kaum, im Gegensatz zur Technik. Also da auch Mut zur Lücke. Wenn ihr wichtige Interviewpartnerinnen und Partner gehabt habt, dann versucht auch, das Ganze nicht nur in der Dose zu behalten, sondern auch mal zu verschriftlichen. Und du würdest sagen, wir sind auch krass genug, dass wir da Einzug finden können ins Stadtarchiv? Ja, es wäre eben nicht krass, sondern ganz normal. Ich finde es toll, dass es so etwas gibt und dass sich Menschen da äußern zu ihren Lebensumständen und zu ihren Hobbys und zu ihren Vorlieben. Und das ist bürgernah, würde ich sagen. Und das gehört auch ins Archiv. Weil im Archiv ist ja in der Regel erst mal Verwaltungsschrift gut. Und das ist nicht mehr das pralle Leben. Das pralle Leben findet auf der Straße in den Häusern statt. Und das ist ein Teil der Gegenwartskultur, die ihr festhaltet, die sonst keiner festhält. Und das sollte irgendwie langfristig greifbar sein, damit man vielleicht in 50 Jahren noch weiß, was haben die Menschen in Fröndenberg 2024 so drauf gehabt. Was hat die interessiert? Wo haben die sich beschäftigt? Denkt und sagt Jochen von Artusius, Stadtarchivar der Stadt Fröndenberg, jetzt habe ich ganz unauffällig Fishing for Kompliments am Ende gemacht. War unbeabsichtigt, hat mir aber gut gefallen. Vielen Dank für dieses Schlusswort und für dieses Feedback an die Rohreule. Danke Jochen. Ich danke. So, das war's wieder. Und? Rebecca, die Eule kommt ins Stadtarchiv. Der hat ja ein richtiges Doop für unsere Arbeit rausgehauen. Jau, das war irgendwie keine Absicht, dass ich das so provoziert habe. Aber ich habe mich gefreut, weil das war natürlich Honig auf unsere Mühlen, oder wie das heißt. Sprichwörter sind nicht so dein Ding, oder? Nee, manchmal verhaue ich mich da. Wie bei Zahlen. Hast du denn auch was gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass es ein Stadtarchivar gibt und was der halt so macht. Das wusste ich nämlich in dem Umfang gar nicht. Ich dachte immer, das wäre eher so eine Art Ehrenamt. Ja, aber es ist ein krasser Job, der voll wichtig ist. Ja, total. Ja, und ich glaube, ohne den Job würde unfassbar viel Wissen einfach verloren gehen. Also? Gut, dass es das gibt. Und wer Interesse an Jochens Nachfolge hat, kann sich ja bei ihm melden. Jawohl. Okay, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Hau rein, Land, falls wir uns nicht wiedersehen. Äh, ich dachte, hässer. Das war's schon wieder.